Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir genau sechs verschiedene Varianten zeigen, wie du in JavaScript Funktionen deklarieren kannst bzw. definieren kannst. Ich habe den Visual Studio Code Editor schon geöffnet und links daneben habe ich die Browser-Konsole geöffnet, in der wir hin und wieder was ausgeben, um zu sehen, ob die angelegte Funktion auch wirklich funktioniert. Ja, fangen wir doch direkt mal an. Und zwar die erste Variante, die ich dir gerne zeigen möchte, ist die ganz normale Function Declaration. Declaration, genau. Wie es immer so ist mit dem Englisch. Und diese herkömmliche Variante ist in den allermeisten Fällen die Variante, die man auch als allererstes lernt. Und zwar indem man dieses Schlüsselwort Function verwendet und dann gefolgt von dem Funktion-Namen, zum Beispiel addieren. Ja, und dieser Funktion kann man dann verschiedene Parameter übergeben, zum Beispiel zwei Stück. Ja, und dann kommt der Funktionsblock mit diesen geschweiften Klammern. Und hier kann man was jetzt machen mit seinen Parametern oder auch ohne Parameter. Ja, zum Beispiel hier den Wert zurückgeben, also von diesen zwei Werten, die man hier miteinander addiert. Und wie benutzt man so eine Funktion? Indem man einfach diesen Funktion-Namen hier hinschreibt, gefolgt von zwei runden Klammern, Semikolon. Ja, wir können uns das Ganze ja mal auf der Konsole ausgeben lassen. Konsole mit console.log. Ja, so. Und natürlich brauchen wir noch Werte, die wir der Funktion übergeben, zum Beispiel 4 und 5. Ja, wenn wir speichern, kommt dann hier als Endergebnis 9 raus. Ja, was dann hier auf der Konsole ausgegeben wird. Ja, das ist die die herkömmliche, ganz normale, reguläre Funktion, wie sie auch jeder am Anfang lernt. Ja, und welche dann auch am meisten benutzt wird. So. Es gibt aber auch noch eine weitere Variante. Und zwar die heißt Funktion Expression. Und hierbei wird eine Variable verwendet, zum Beispiel eine Konstante könnte das sein. Und der Konstante, benennt die jetzt mal create, weist man jetzt eine Funktion hinzu. Mit dem Schlüsselwort Funktion. Ja. Und hier ist die Besonderheit, dass man, dass diese Funktion keinen Namen hat. Ja, sondern hier nur die, die Parameter, die man hier in den runden Klammern angeben kann. Dann kommt wieder der Anweisungsblock. Und dann kann man wieder was zurückgeben, meinetwegen. Zum Beispiel, ob A wirklich größer als B ist. Zum Beispiel. Ja. Und verwenden tut man das Ganze, äh, genauso wie hier oben. Ja. Benutzt man wieder das console.log. Indem man einfach diesen Variablen Namen verwendet. Create in dem Fall. Und dann mit runden Klammern die Parameter übergibt. Die Werte, die man hier vergleichen will in dem Fall. Zum Beispiel, ob 6, die Zahl 6 wirklich größer ist als die Zahl 5. Und dann kommt ein Boolean in dem Fall zurück. Ja, true oder false. Ne? So, die, die dritte Variante, die ich dir zeigen möchte, heißt, ähm, die Shorthand Function. Und diese, diese Shorthand Function kommt überwiegend in Objekten vor. Ja, ich lege mal eins an. Zum Beispiel, eine Game List. Ja. Das ist ein Objekt. Und dieses Objekt hat zum Beispiel als Wert verschiedene Items. Ja, ich mache das mal als Array. Und hier kannst du in diesem Objekt auch Funktionen anlegen. Normalerweise hat das so ein Objekt Key Value Pairs. Ja, zum Beispiel, ähm, get und dann mit Doppelpunkt getrennt kann das hier eine Funktion sein. Ja, wo man dann hier so eine Funktion anlegen kann. Ja, das ist die herkömmliche Variante. Du kannst es aber auch verkürzen, indem du hier einfach schreibst get und dann in runden Klammern und in ähm, ähm, geschweiften Klammern den Funktionsblock. Und hier kannst du zum Beispiel einen Index übergeben, wo du dir dann einen bestimmten Wert von diesen, von diesen Items dir zurücklebt, zurückgeben lässt. Ja. Und zwar, das bezieht sich immer auf das, äh, Objekt. Ja, das ist hier in dem Falle GameList. Und in GameList möchte ich jetzt auf die Items zugreifen. Und hier übergebe ich den Index von diesem Array, wo ich mir einen speziellen Wert mir zurückgeben lassen kann. Ja, so könnte man das machen. Oder es gibt auch eine Set-Function, wo ich ähm, neue Werte diesem Array hinzufügen kann. Ja, das kann man zum Beispiel mit diesem Spread aber wieder machen. Und ich schreibe hier mal Elements. Ne, was schreibe ich denn hier? Elements. Ne, Knoten im Kopf. So, Elements. Und hier könnte man jetzt hier wieder mit das auf die Items zugreifen und mit der Array-Funktion Push. Ich schreibe mal ein bisschen runter. Kannst du jetzt diesen, diese Elements hier hinzufügen. Ja, das könnte mit diesem Spread Operator, das ist ganz, äh, ganz nice. Du kannst damit entweder einen Wert oder auch gleich mehrere in einem Rutsch diesem Array hinzufügen. Ja. Und, aber wie benutzt man das, das Ganze jetzt zum Beispiel? Und zwar, indem du das Objekt hier benutzt. Und dann mit, zum Beispiel wenn wir diese Set-Funktion verwenden, äh, benutzt du hier wieder diesen Funktionsnamen und dann diese runden Klammern. Und dann kannst du hier ein oder mehrere Werte hinzufügen, ja. Zum Beispiel Sonic und was gibt's noch? Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. So kannst du jetzt diesen, diesen Array-Items in dem Objekt Games-Liste, kannst du jetzt hier Werte hinzufügen. Und ausgeben kannst du es zum Beispiel wieder mit Console.log, ja. Indem du hier von der Game-List jetzt dieses, diese Get-Funktion verwendest und hier den Index übergibst. Und das könnte 0, 1 oder 2 sein. Ich gebe mal 1 ein. Da müsste dann Sonic rauskommen. Genau, ja. Wenn ich hier 0 angebe, kommt Pac-Man. Wenn ich hier 2 angebe, kommt das. Und wenn ich 3 angebe, kommt Undefined, weil den gibt's nicht, ja. Das ist eine Shorthand-Funktion, die wir hier verwenden. Die nächste Variante wäre zum Beispiel die sogenannte Konstruktor-Variante. Der Konstruktor. Ja. Und hier kann man jetzt eine Funktion anlegen, die immer wieder verwendbar ist. Also von der man immer wieder eine weitere sogenannte Instanz erstellen kann, ja. Zum Beispiel benutze dann hier das Function-Schlüsselwort und dann zum Beispiel, das könnte man mal nehmen, Schuhe, ja. Und Schuhe haben eine Größe und meinetwegen eine Marke. Und dann kann man hier zum Beispiel mit das, was wieder auf dieses Objekt Schuhe zugreift, ja. Diese Funktion ist auch ein Objekt. Und kannst hier zum Beispiel diese Größe setzen, ja. Du kannst hier auch Funktionen anlegen, zum Beispiel getSize, ja. Welche dann, also das kannst du so als Variable anlegen, ja. Welche die Größe, die Schuhgröße wiedergibt. So zum Beispiel, ja. Und wie kannst du das Ganze jetzt verwenden? Indem du zum Beispiel eine neue Variable anlegst, zum Beispiel meine Schuhe, ja. Und hier kannst du jetzt mit dem Keyword New hier das Schuhs verwenden, ne. Und dann gibst du hier zum Beispiel die Schuhgröße an und die Marke, ja. Zum Beispiel Nike. Und so, ja. Und dann hast du jetzt quasi eine neue Instanz gebildet, ja. Von dieser Funktion. Und das kannst du so oft machen, wie du möchtest, ja. Du kannst hier zum Beispiel auch eine neue machen. Oder eine weitere. My Shoes 2, meinetwegen, ja. Wieder mit New. Shoes. Und ja, zum Beispiel 38. Und ja, das sind auch Nikes. So, ja. Und, aber wie kannst du das Ganze dann benutzen? Du kannst dann einfach dann zum Beispiel mit dieser Instanz arbeiten und dann zum Beispiel hier diese Funktion verwenden, zum Beispiel GetSize, ja. Ja. Das können wir uns mal ausgeben auf der Konsole. So. Ja. Und schon kommt 42 raus. Und wenn du das Schuhs 2 verwendest, dann kommt dann 28. 28 ist eine komische Größe. Ich mache mal 38. Ja. Und du kannst aber auch direkt auf die, auf diese, auf diese Eigenschaften jetzt von diesem Objekt zu greifen, ja. Von dem du so Direktsize eingibst oder die Marke, ja. So zum Beispiel, ja. So kannst du damit arbeiten. Was gibt es denn noch für eine schöne Variante? Und zwar die sogenannten Arrow Functions, ja. Das ist eine recht moderne Variante. Und wenn die, wenn die Funktion zum Beispiel nur eine, nur eine Anweisung, nur eine Anweisung enthält, dann kann man das ziemlich kurz fassen, das Ganze. Zum Beispiel kannst du hier, ich nehme mal Sum, weil Addieren haben wir schon. Und kannst du hier einfach mit, nur mit runden Klammern, die Parameter angeben. Und dann kommt dieser Pfeil, ja. Daher kommt Arrow Function. Und dann kannst du, wenn das zum Beispiel nur eine Anweisung enthalten soll, diese Funktion, kannst du direkt hier zum Beispiel hinschreiben, was diese Funktion machen soll. So zum Beispiel, ja. Sieht ziemlich kurz aus. Und verwenden kannst du das ganz normal wieder mit diesem, mit diesem Variablen Namen und den runden Klammern. Und dann gibst du hier einfach an, die Werte, die du hier miteinander addieren willst in dem Fall, ja. Das können wir wieder mal ausgeben auf der Konsole. So, ja. Das habe ich jetzt gemacht. Ach, Konsole Lock heißt das hier. So. Und da kommt dann 14 raus, ja. Du kannst natürlich auch, ähm, zum Beispiel das so schreiben, ja. Wenn du, wenn du nur Sum. So. Und du kannst auch das Konsole Lock hier schreiben, ja. Dann wird das nicht mit Return zurückgegeben, sondern dann wird das hier direkt ausgegeben in der Funktion. Und da kommen dann auch 14 raus, ja. Oder 16. Je nachdem, welche Werte du hier übergibst, ja. Das sind die sogenannten Arrow Functions, ja. Ist eine recht moderne Variante, wie man Funktionen verwenden kann, ja. Und die letzte Variante, die ich dir zeigen will in diesem Video, äh, heißt Immediately Invoked Function Expression, ja. Oder ganz kurz geschrieben, IFI nenne ich es jetzt mal, ja. Ja, und das ist eine ganz besondere Art und Weise, äh, wie man jetzt Funktionen verwenden kann in JavaScript. Und zwar nimmt man hier so eine runden Klammern. Und in diesen runden Klammern schreibt man jetzt seine Funktion, ja. Die hat keinen Namen. Äh, und dann dieses mit, äh, geschweiften Klammern, äh, den Inhalt der Funktion. Und hier am Ende schreibt man nochmal so ein paar runde Klammern und dann Semikolon. Und hier kann man jetzt was machen, ja. Sieht ziemlich komisch aus, ja. Zum Beispiel kannst du hier eine Kunstkante angeben, hello, ja. Hello, word, ja. Hier kannst du alles machen, was du möchtest, ja. Zum Beispiel was ausgeben. Ja, diese, diese Hello-Variable. Und, äh, die Besonderheit ist, diese Funktion musst du nicht, äh, manuell aufrufen, sondern, die wird, wenn diese quasi geparst wird, ne, diese Funktion, wird diese auch direkt ausgeführt. Ganz automatisch, ja. Wenn, wenn die JavaScript-Datei geladen ist und wenn der an dieser Stelle ist, ne, dann wird die direkt ausgeführt, diese Funktion, ja. Einmalig, ja. Und die nächste Besonderheit ist, dass diese Funktion, also der Inhalt dieser Funktion abgeschirmt ist, ja. Ja, du hast zum Beispiel hier außerhalb keinen Zugriff, äh, auf, auf alle Variablen und Funktionen, die hier innerhalb definiert sind, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieses Hello, auf diese konstante Hello zugreifen möchte, dann existiert diese nicht außerhalb, ja. Ja, das ist, äh, sozusagen dann abgeschirmt, ja, vom, vom Rest, ja. Ja, damit kann man das so, äh, einkapseln, ja. Du kannst auch ganz normale, ähm, ganz normale Functions definieren, ähm, ja, My Hello, ja, wo man, wo man auch noch was machen kann. Konsole.log, Hallo Mario meinetwegen, und hier unten kann man diese zum Beispiel aufrufen, ja, ganz normal, so zum Beispiel, ich nehme das hier unten mal raus, wegen dem Fehler. Ja, ja, so kann man das hier drinnen ganz normal verwenden, ja, Variablen, Funktionen, Objekte, Arrays, was es alles gibt, ja, das kann es hier drinnen verwenden. Mit der Besonderheit, dass das Ganze abgeschirmt ist, dass das eingekapselt ist, und dass es nicht mit anderen Sachen außerhalb kollidieren kann, ja. Damit kannst du auch verhindern, dass du dann aus Versehen, äh, andere Variablen oder Funktionen, die in anderen Dateien sind, überschrieben werden, ja, und dass es deswegen zu Fehlern kommt. Das kann man damit vermeiden, indem man das Ganze einkapselt, ja. Ja, ja, das sind die sechs verschiedenen Varianten, die ich dir zeigen wollte, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wenn es so ist, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen, ansonsten empfehle ich dir natürlich das nächste Video. Bis gleich.